Das S732.de, den Holzfachwerkknoten, das ist eigentlich ein Modul, das wir schon kennen, aber das kriegt jetzt neu eine große Erweiterung, nämlich einen unterbrochenen Gurt. Vornehmlich wird man es einsetzen bei einem Firstknoten von einem Satteldachbinder zum Beispiel aus Holz. Das ist die Besonderheit, wenn wir den Gurt unterbrechen, dann müssen wir hier Momente übertragen. Und dann brauchen wir hier für diese Teilanschlüsse momententragfähige Anschlüsse. Also bisher konnte das Modul das schon mit einem durchlaufenden Gurt, jetzt können wir den auch unterbrechen. Und wir können aber nicht nur das jetzt am Firstknoten unterbrechen, sondern ganz allgemein. Wir können irgendeinen Knoten konstruieren, bei dem der Gurt dann unterbrochen ist. Möglich sind direkte Verbindungen Holz-Holz oder wie es hier gezeichnet ist, eine Holz-Blech-Holz-Verbindung. Das Blech kann auch außen liegen, eleganter ist es natürlich, wenn es innen liegt. Als Schnittgrößen, wie ich eben schon gesagt habe, der Gurt, der kann mit Momentenquerkräften und Normalkräften belastet sein. Die Diagonalen und Pfosten, die sind nur mit Normalkräften. Wir geben das alles vor, für jeden einzelnen Teilanschluss. Das Modul prüft dann das Knotengleichgewicht, damit man da auch noch nichts falsch gemacht hat. Wenn man jetzt zum Beispiel eine äußere Last an der Stelle hätte, dann ist natürlich ohne die äußere Last vorzugeben kein Knotengleichgewicht gegeben. Das Programm kann aber trotzdem rechnen. Also wenn ich jetzt aus Mikrofi beispielsweise eine Übernahme mache, da kriege ich ja die Schnittgrößen aus den einzelnen Gurten. Und dann sehe ich als äußere Last oder als den Lastanteil, der übrig bleibt, dann bei der Überprüfung des Knotengleichgewichts genau die Kraft, die an der Stelle angegriffen hat, als Kontrollmöglichkeit. Die Bemessung eines solchen Knotens geschieht dann dadurch, dass jeder einzelne Teilanschluss, ich habe jetzt hier mal den Gurtanschluss rausgepickt, so eine Ausgabe bekommt. Hier wird der Verschiebungsmodul dieses Teilanschlusses berechnet. Wir kriegen das Schraubenbild konstruiert wieder, wenn wir wollen, oder wir können auch ein vorgegebenes Schraubenbild nachrechnen. Oder jetzt in dem Fall mit Bolzen der Anschluss. Hier sind die ganzen Abstände der Verbindungsmittel überprüft und dargestellt. Und in einem zweiten Kapitel kriege ich dann für jeden Teilanschluss die Nachweise. Da werden die Verbindungsmittel nachgewiesen. Es wird der geschwächte Holz- und Blechquerschnitt nachgewiesen. Holz auf Biegung und Querkraft. Und der Blechquerschnitt dann auf Spannung. Holz auf Biegung und Querkraft.